Pferdefragen? Petra-Fragen. Heute? Was ist eine Kardätsche? Eine Kardätsche ist eine weiche Pferdebürste mit Holzkorpus und Handschlaufe und weichen Borsten, mit denen man Staub, Dreck und lose Haare von einem Pferd bürsten kann. Warum heißt sie Kardätsche? Sie leitet sich von dem lateinischen Wort Cardus für Diesel ab, weil ursprünglich die Borsten dieser Bürste aus der Kadel-Diestel hergestellt wurden. Wenn ich jetzt ein Pferd damit bürste, streiche ich immer in Fellrichtung den Staub und Dreck ab. Das Wort Kardätschen gibt es im Süddeutschen im Übrigen auch noch für das Ausrichten von Textilfasern in eine Richtung und für das Abziehen von Putz. Alles klar? Alles klar?